Ja, ich weiß, Killer, ne? Schön mit mir zu reden, weil man mich so selten hört. Ja, bist man für ein halbes Jahr wieder verschwunden und so, kennt man ja. Ja, für ein halbes Jahr bin ich dann mal weg und dann komme ich irgendwann mal wieder. Das ist eigentlich das, warum ich jetzt gerade nur noch streamen, weil das für mich einfach der einfache Weg ist. Und, Dibi, überlegst du, Alter, das ist so einfach, du musst kaum noch was machen. Die ganze Scheiß-Drecksarbeit dahinter, von wegen hier, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden rendern. Ach, Endeffekt. Hat mir nie was ausgemacht. Mir mittlerweile schon, weil es einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt, ne? Von hier macht er es halt, ja gut, persönlich. Ich mache das halt über Nacht einfach. Nächsten Morgen ist alles fertig. Ne, das kann ich nicht, alleine wegen der Stromrechnung. Ich habe ja auch noch Kinder, die gucken den ganzen Tag Fernsehen. Naja, weil da kommt man ja, der Pferd, der Fernseher, neben dem Fernseher läuft die Waschmaschine, weil die Kinder sich wieder zu sehr trägig gemacht haben. Dann läuft wieder das Licht, weil die Kinder das Licht nicht ausmachen. Und dann läuft wiederum der Ofen, weil es Essen gemacht werden muss. Dann läuft die, dass ein Genuss und schon hast du ganz viele Rechnungen. Weil es ist ja nicht nur das, es ist ja auch das Wasser. Und es sind die Lebensmittel und die sind dann und jene. Naja, aber... Also von daher kann ich das nicht einfach... Ich glaube, die Waschmaschine braucht am meisten Strom. Ja, natürlich, aber sollte ich mir deswegen jetzt ein Reibebrett, also ein Waschbrett zu legen? So ein PC braucht ja nicht mehr so viel Strom und Ausständen, nein. Ja, kommt drauf an, was du zusammengebaut hast, ne? Ja. Ich habe ja nicht mal einen Rechner hier stehen, ich habe einen zweiten Rechner neben mir stehen, ne? Ja, da brauchst du dich wundern. Da ist ja doch ein Laptop da drüben stehen, wir haben noch zwei Tablets, wir haben... Du brauchst, ja gut, aber du brauchst nur einen Rechner zum Rändern. Ich renne das nicht mehr, das ist der Grund. Ja, jetzt machst du nicht mehr, aber wie gesagt, bei mir läuft der PC immer durch, weil... Was ich dieses ganze Scheiß-Zug nicht mehr mache, dafür streame ich lieber. Ja, weil... Das kann man ja nicht ausbauen mit ReStream und siehe da, ich habe nur noch Grafik-Artefaktor. Ja, wie gesagt, bei mir ist angezeigt, von wegen, die OAL sollte eher im RTMP oder RMTP angezeigt werden, äh, ich habe aber die FTL genommen. Kenne ich mich jetzt gar nicht aus, weiß nicht, was das bedeutet. Kann ich dir auch nicht so sagen. Siehste? Ach ja, meine erste Karte, die gespielt habe. Willkommen zurück. Wir sollen letzten für heute, also wie passend. Wie die letzte für heute. Wirst du dann auch? Ne, haben wir nicht gesagt, nur eine Partie hast du nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, weißt du, wie lange noch noch ist. Oh, jetzt ist die Schwester. Oh, du kommst zu spät. Wie viele Korte, die OAL haben wir denn jetzt hier? Drei, drei Stück eines Noobies wahrscheinlich. Ich muss sicher hier die anderen mit dir spielen. Äh, das hat der Größte gemacht. Das hat der Größte übrigens gemacht, der hat schon mitgespielt. Der hat schon mitgespielt. Der ist ja auch schon mittlerweile neu. Aber wo ist da das Problem? Ja, gut, okay, wenn es um die Themen geht, ne? Aber dafür könnte ich mich sogar noch mal zurücknehmen. Aber ich wollte ihn erst dann mitnehmen, wenn er sage ich jetzt mal 13, 14 ist. Kommt drauf an, wie weiterentwickelt wäre, ne? Verfolgt sie dich? Ne, ne, eine andere, eine andere Klotter, eine andere Klotter, eine andere Klotter. Na Leute, ich bin genau daneben gewesen, mich hat sie nicht gekriegt. Dann mach ich auch mal mit zwei, drei Sekunden da, mach ich jetzt mal. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Alter, die hat die anderen liegen lassen. Jetzt gehe ich die retten. Ja, weil du den Generator gemacht hast. Ja, ich die nehme als Ablenkung, dafür bin ich gut, ja. Also wenn es richtig gut läuft, dann kann man ja gerne weiterspielen, sonst ist es nicht. Du bist nicht, hast du Player an uns, BattleCraft? Ne, ne? So was hast du nicht. Warum nicht? Nein, dort habe ich nicht. Kaufst du ja. Was heißt dir zu teuer, war es runtergesetzt auf 12? Ja, habe ich jetzt auch nicht hier oben. Okay, ich sehe sie. Lol, lässt wieder den anderen liegen und ich darf ihn aufheben. Ja, ich habe zum Beobachten. Sie kommt wieder, sie kommt wieder. Sie kommt wieder. Hat mich getroffen? Ja. Ich laufe. Und hat mich. Ich komme jetzt zum Zweiten. Hab den anderen versucht zu retten. War nicht so gut. Ich habe gedacht, ich krieg's hin. Oh, D.P. Vorsichtig, wenn sie den Skid drin hat, wenn die jemanden heilt, dann sieht sie das. Dann habe ich ein Problem. Komm schon, helft mir. Alter, da rennt die andere einfach weg. Ich komme wieder, sie kommt wieder. Lauft, läuft. Ja, genau. Erst mal krachen, macht man das wichtig. Ja, jetzt hat sie mich. Oh, nee. Geht hat auch immer. Ich habe bis jetzt noch keine Marke mehr, das tut ich dich. Jetzt bin ich auf dem Boden. Na, geht sie weg? Und geht wie weg. Das ist die Beschuldung. Und machen wir kurz den Jagdor kaputt. Ich bin jetzt wieder oben auf dem Haus. Habe ich ja gesehen. Oh, da. Bei Dominator. Dominator? Ja, du weißt ja, ne? Dominator, genau. Dominierend. Ja. Jammer. Apropos, mir ist was aufgefallen, Leute, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz anquatschen. Zwölfterm hoch, euer Ernst. Geiler Scheiß. Gut. Wir sollten öfters zusammenspielen. Ja, dann komm. Aber dann schauen wir mal bitte schön bei den Diebst da vorbei, der lernt das ganze Spiel noch. Vielleicht habt ihr da noch ein paar Tipps übrig, dann gibt es immer den Diebstar. Ja, warum nicht? Ich bin ja auch schlecht. Alter. Der benutzt euch als... Ja, als Köder. Als Köder. Hinter der, hinter der. Keine Chance. Keine Chance gehabt. Keine Chance gehabt. Keine Chance gehabt. Hat mich getroffen. Ja, ja, renn weg, renn weg. Als Köder haben wir verwendet. Beam Horror Film. Yep. Achtung unten. Oh, ist gerade an dir vorbei, glaube ich. Generator repariert? Ey, der macht dir was. Generator meine ich. Ich sag mal, der hat. Hat mich, Mann. Ja. Willst du mich verarschen heute oder was? Schaffen wir das gar nicht mehr? Wir schaffen es nicht. Alter, wir kommen hier zu dritt auf den Boden und der einzige Idiot rettet uns nicht. Wie denn? Aber wie soll das auch machen? Die ist ja alles. Sorry, aber Rubbel die Katz hat schon einen super Namen. Ja, Rubbel die Katz. Mal ganz ehrlich, das sagt alles. Was ist das für ein Penner? Nee, der ist total auf Heil die anderen und sowas. Dann kriegt das mit. Dibi? Ja. Nee, du liegst doch hinten. Ich krabbel hier so rum. Hat die bessere zu tun. Alter, die ist total auf die Seer-Skill aus. Sobald jemanden heilt, dann sieht es. Wieso kann ich nur krabbeln, wenn ich verletzt bin? Wieso nicht einmal zum Ducken oder so zum Hinlegen? Das ist seltsam, ne? Ich habe dich doch gerade eben noch versucht zu heilen. Sag mal, könnte mich jetzt der andere aufheben? Bist du eigentlich kurz vor voll oder was? Ich bin gleich verblutet. Ja, warte. Man nimmt mich auf. Man nimmt mich auf. Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt. Ich sehe es. Ich kann es ja sehen. Die lässt mich hier runter. Echt jetzt? Ich glaube es ja auch nicht. Alter. Oh, jetzt hör doch auf mit dem Scheiß. Was soll... Was soll da bringen? Ja, das will ich schon wieder exploiten und sowas. Ach Gott. Sie will mich ablassen. Hä? Ich bin gleich tot. Ne, bist du nicht. Lauf! Leck mich! Na gut, okay. Du solltest mich weniger lecken. Du bist eklig. Scheiße! Diese blöde Schlampe! Komm schon, Deepi, ich hab dir den Arsch gerettet, sei froh! Ja, ja, danke! Diebster soll auch mal schieben. Da kann man beide parallel schauen. Siehst du, Deepi? Das wurde jetzt hier gerade gesagt. Alter, du sollst parallel schieben. Und du sollst es schieben, Junge. Mach mal. Ja. Ja. Tu es. Der beim nächsten Mal. Übrigens, das ist mein Hobby. Mein Nightbot magst du gar nicht, wenn du spammst. Ob nun Großbuchstaben oder Noten oder Smilies, mag ich gar nicht. Oder Caps, wie du siehst. Großbuchstaben und sowas zählt, glaube ich, dazu. War das nicht Caps? Ja, ne? Großbuchstaben, Caps. Ich hab ja ein Totem gefunden, dann mach ich mir den Caps auch noch damals. Es gab auch Captain Zins, das war ein Spiel von der Raiffeisenbank. Ach Gott. Kennst du das noch? Ja. Geil, oder? Es gab auch Dorte Schatten. Ja. Ja. Ich fand ja hier die Telekommando ganz cool. Ja, ich fand Telekommando immer ganz cool, ja. Ja, da war ich nicht gut. Telekommando, das war so recht gut. Das gibt es halt gar nicht mehr sowas. Nee. Solche Spiele. Damals gab es Werbespiele, heutzutage gibt es so einen Scheiß nicht mehr. Nee. Ja, ist kein Problem. Wie gesagt, das ist mein Hobby, so ist das halt. Es gibt manchmal so Momente, wo du denkst, gut, dass ich den Bot hab. Dann gibt es so Momente, wo du denkst, gut, dass der Bot überhaupt was schreibt. Dann sind es Mail, der Chat, ja. Aber wir schaffen das schon. Aber Leute, wie gesagt, danke für die Likes, Alter, das geht gar nicht, finde ich geil. Einfach nur fett. Wir versuchen, es ein bisschen Mühe zu geben. Es sind noch zwei Generatoren. Einen mache ich gerade. Ja, ich bin gerade bei anderen auch, aber hier läuft sie gerade rum. Wie weit ist der? Am Anfang, oh oh, Probleme, Probleme, Probleme. Okay, Probleme sind immer noch gut für mich, weil ich überlege. Dark Age of Camelot, geil. Das war auch noch ein gutes Spiel. Aber auch nur solange du freundlich hattest, mit dem du zusammenspielen konntest. So, ein Generator mehr. Ja, einer ist da noch. Ja, ich weiß, genau. Aber. Und hier läuft er schon, verdammt. Ja, hier, hier bei mir beim Schrank. Wir haben hier festgelegt im Schrank. Sollte gleich unter einem auch. Können PC-Spieler mit PS4 spielen und spielen? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich habe auch auf der PS4 damals angefangen. Ich bin mittlerweile auf PC geswitcht, weil PS4, naja, PC ist halt besser, meiner Ansicht nach. PC Master Race. War mal mittlerweile sind es die Konsolenspieler. Ist es einfach so. Ja, die haben doch das Problem, dass sie mit PC ist, mit Installation, Patches und so weiter. Das, wofür man damals zur Konsole beneidert hat, gibt es halt gar nicht mehr. In meinen Augen. Rubbel, die Katze liegt da auf dem Boden. Ja. Ich versuche es mal zu retten. Ich glaube, es wird wieder wach, glaube ich, ist der Generator. Ist sie nicht da noch? Nee, man hat eben noch gesehen hier. Ich hau jetzt ab. Ich habe sie gerade gerettet. Ja. Irgendwie ist das ein komischer Keller. Um ehrlich zu sein. Er tötet gar nicht so wirklich. Er hängt an einem Haken. Nicht wirklich, nicht einmal am Haken haben bisher. Nur am Verbluten. Ja. Ich glaube, ich meine, ich habe das jetzt gesagt. Ich habe das ja gut. Okay, es gibt natürlich Crossplay-Möglichkeiten, aber nicht für dieses Spiel. Und Dominator lag zum dritten Mal. Ansonsten, das ist mein Hobby, bleibt dir nichts anderes übrig, wenn du mitspielen willst. Du brauchst das für den PC. Ansonsten wartest du noch ein bisschen. Das Spiel soll demnächst für Mobile zur Verfügung stehen. Und zwar für Lau, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich schätze. Hast du gut gekauft, gibt's da. Ja, aber am Endeffekt die Addons dann natürlich wieder kosten. Und außerdem soll der Spieler wieder auf Null anfangen. Und dann wollen sie halt so wie immer, wie beim PC Stück für Stück. Stück, 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 Stück. Jedes Erdermanns bis jetzt schon gab, wieder rausbringen. Kennen Sie das? Ja. Ich will sein, das ist von Software. Bullshit. Wurde es aufgehoben. Wer ist an dem... Ein Tor? Bist du das? Nee, ich nicht. Die andere. Ich bin mal hier in der Nähe. Ich bin mal in der Nähe. Oh. Ich mach's Tor weiter auf. Ja. Ich hau ab. Böde. 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 Yes, die hat uns freigelassen. Die war nett. Die war nett. Die hat mich zwar noch getroffen, nur einmal, aber mich nicht erwischt. punkte wird sich ich glaube ja nicht mehr das war eine lange runde hatte ich spaß ich habe gewonnen natürlich stufe 7 natürlich ein daumen nach oben man nicht ganz nett und vor allem mal klein an ich werde nicht besser hast du hast ja verdient so zwei mal richtig ärgern so darum was easy du affe fertig ganz ehrlich weiß ich der killer lässt uns mit absicht liegen alter was für ein affe ehrlich das hat man ja wohl gemerkt jeder andere killer wüsste das man spielt ja am anfang das tutorial da wird dir beigebracht hängen die leute an den haken hat sie mit absicht nicht gemacht oder er mit absicht nicht gemacht mehr ja das war schon fair also mal herrlich und ja was von easy aller kürz abgehen ja wir lagen dazu dritt auf dem boden und ja ich habe mit meinen brüdern und seinen freund gespielt hatte zwei level 50 und eine 35 ich habe das spiegel liebt und ich werde es immer lieben was meinst du jetzt meiner meinst du jetzt hier dvd oder was ich denke mal ja ich denke mir auch mal gerade weil damals war das noch echt viel das spiel tja und dann gab es auf einmal ultima online da waren alle bei ultima das kam auch nicht davor ja das kam schon davor aber ultima online brauchte sehr lange um überhaupt bekannt zu werden ja genau genau gut oder magst du nicht doch 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 da ist es immer noch so um 10 von der passt ja eben deswegen habe mir auch gesagt aber jetzt noch die letzte wird die jetzt die letzte partie und dann gibt es noch mal ganz kurzen neustart für den stream und mein lieblingsspiel ich habe kein lieblingsspiel für mich gibt es das schon gar nicht mehr ich bin schon so alt es gibt kein wirkliches lieblingsspiel mehr ich mag retro spiele jeder art aber wirkliches lieblingsspiel gibt es gar nicht mehr spielen letzter zeit gerne arg das könnte man jetzt vielleicht präferieren als lieblingsspiel aber das heißt nicht dass ich gerade das aktuelle spiel ja aktuell ist das mein bestes game ja aber nicht mein lieblingsspiel da würde ich dir so viele andere titel davon nennen können einfach nur deswegen als er halt mehr spieltiefe haben die meisten kennen die wahrscheinlich gar nicht mehr wahrscheinlich das ist das problem ja so ist das mit uns ja wir sind halt zu alt ja so ist das wir haben schon zu viele spiele erlebt